Hallo und willkommen in meiner Bastelecke. Ich habe für die letzte Ausgabe der Logotech 64 eine kleine Bastelanleitung geschrieben und die möchte ich euch heute auch noch in Bild und Ton präsentieren. Ich habe mich da von einem Bild auf 9G ein bisschen inspirieren lassen. Da hat jemand gezeigt, wie man aus Wellpappe ziemlich coole Bilder machen kann. Und das haben wir heute auch vor, aber mit einer kleinen Verbesserung. Zuerst brauchen wir mal ein Wellpappe-Karton. Wenn ihr öfter mal im Netz was bestellt habt, ihr sicher massenweise Kartons daheim rumliegen und da sucht ihr euch einen aus, der nicht nass geworden ist und einfach noch ganz gut in Schuss ist. Der Karton soll jetzt so ein bisschen Vintage-Look bekommen. Dazu müssen wir den irgendwie ein bisschen schmutzig aussehen, schon ein bisschen gelebt. Und meine Idee war mit Pigmenten und Acryl-Klarlack ein bisschen Farbe auf den Karton zu bringen. Dazu einfach die Pigmente mit dem Lack zusammen vermischen und großflächig verteilen. Es darf ruhig so ein bisschen Flecken geben oder ihr könnt es auch versuchen mal mit dem Schwamm aufzutragen. Funktioniert vielleicht auch ganz gut. Wichtig ist, dass der Karton einfach so ein bisschen schmuddelig aussehen soll. Wenn ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden seid, wirklich gut trocknen lassen. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und den noch leicht feuchten Karton dann weiter bearbeitet. Das funktioniert eher schlecht. Wirklich sehr sehr gut trocknen lassen. Danach sucht ihr euch ein schönes Logo oder Muster auf, das möglichst nur aus zwei Farben bestehen sollte. Das sich also gut scherenschnittartig ausschneiden lässt. Das dann per Hand mit Bleistift aufzeichnen oder ihr bastelt euch vorher eine kleine Schablone und übertragt das dann. Und dann braucht ihr noch ein Cuttermesser und mit dem schneidet man jetzt ganz vorsichtig nur die obere Kartonschicht ab, so dass die Wellenstruktur, die mittlere Schicht sichtbar wird. Wenn ihr diese Wellenschicht ein bisschen verletzt, ist es nicht so schlimm, solange ihr möglichst gerade reingeschnitten habt. Also dann fällt das nicht so arg ins Gewicht. Aber trotzdem möglichst wenig reinschneiden und man bekommt aber relativ schnell ein Gefühl dafür, wie tief man mit dem Cuttermesser da jetzt reingehen sollte. Wenn ihr dann eure Linien mit dem Cuttermesser nachgezogen habt, dann könnt ihr ganz vorsichtig eben die obere Schicht abholen und erhaltet zum Schluss eine nette Vintage-Karte oder ein Vintage-Bild aus einem Stück Wellpappe. Sagt mir doch, ob es bei euch geklappt hat, was ihr für Muster genommen habt oder ob ihr vielleicht auch Verbesserungsvorschläge habt, würde ich mich sehr freuen. Und wenn euch das zu schnell ging, die Anleitung gibt es unter dem Video. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!